So oder so, jetzt hier in der Klausewitz, Smarland, Patrie. Teile Divi auf jeden Fall. Also da macht man mit der Smarland macht man auf jeden Fall nix falsch. Und mit der Klausewitz macht man auch nix falsch. Und mit der Patrie macht man auch nix falsch. Also von daher, nett, nett, nett. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Wir fahren jetzt hier mit unserer Divi als solches auf C. Ja, mal gucken. Was wir jetzt hier machen, also Smarland wird ja sicherlich ins Cap gehen. Ich bin mir sicher, wir gehen sicherlich auch raus. Skillung sieht für mich erstmal Standard-K aus. Also 18.5, Rangemod verbaut, plus Concealment-Modul und Concealment-Spec und Concealment-Skillung und so. Auf 14.2 müsste die Hindenburg, also die bessere Hindenburg-Klausewitz auch so machen. Und ja, fahren wir jetzt auf C, auf Lenk. Also nach draußen ist am Ende Standard. Wir wollten natürlich mit der Klausewitz, du wie auch immer, habt ihr auch Schiffsverstellungen und so weiter und so weiter bei uns auf dem Kanal, natürlich erstmal eure DPM-Einsatz. Krass farmen, das ist genau das, was du machen willst. Immer schön farmen, das ist wichtig. Irgendwie dich, da willst du dich jetzt nicht unbedingt angeln oder so. Also klar, du willst dich natürlich angeln, aber willst dich jetzt nicht irgendwie reinpushen oder irgendwas, sondern du willst dich natürlich erstmal relativ early auch in den Kite stellen und dann natürlich ordentlich Damage machen. Das Schiff kommt über HE, auch hin und wieder mal mit AP, je nachdem. Und ja. So, da hinten kommt Kremlin, Thundera, Satsuma. Also schon mal ordentlich was zu farmen für uns. Und ja. So, da seht ihr hier auch, arbeitet viel mit Freeloop. Das ist auch schon mal ein gutes Zeichen. Da sieht man nämlich im Allgemeinen halt auch, wo Schüsse herkommen, wo man wie dann auch lodgen kann. Siehst du natürlich so, ähm, ich nicht darf. Andere Ball hat jetzt auf uns Kremlin. Oh, wir engeln uns jetzt hier gut. Das passt. Das ist am Ende, das ist am Ende natürlich die große Stärke von der Klausowicz. Ähm, wisst ihr ja selber auch. Overmatch ist halt nicht. Und damit, sobald ihr halt einigermaßen weit weg seid, ähm, ist halt da nichts. Also, die können euch halt nicht viel Schaden machen. Die werden euch ja nicht durch den Po schießen. Das ist so, die Chance ist ja nur wirklich gering. Wer geht hier auf? Macht hier auch zu wenig Lead. Machen die Hydro an für die Tops von der Schima. Nett, gefällt mir. Ja, die kann es natürlich nicht machen, ne? Also gegen das Smarland. Gegen die Divi da so reinzufahren als als Schima-Kase. Das geht natürlich gar nicht. Also im Allgemeinen als Schima-Kase in Cap anzufahren. Wenn das Smarland im Match ist, würde ich mir dreimal überlegen. Ja, und dann da um die Ecke rum zu pushen. Jo, also. Selbst ohne uns hätte er wahrscheinlich die, die, äh, die Schima einfach ordentlich Gas gegeben. Genau, seht ihr jetzt hier, ist am Ende, ähm, sieht am Ende sehr, sehr entspannt aus, was er macht. Weil er halt sich viel immer frei umsieht. Und, ähm, ja, was mir vorhin noch aufgefallen ist, hat er kurz gesehen, er hat mit den Tops einmal geschaut, ob der Gegner vorwärts fährt oder wie er vorwärts fährt, ne? Das ist auch nochmal ein Tipp, den ich euch geben kann. Da seht ihr am Ende nämlich auch, ob der Gegner anfährt, ob er rückwärts fährt, ob er schnell rückwärts fährt, ob er schnell vorwärts fährt und so weiter und so weiter. Würdet ihr dort alles sehen. Und, ähm, ja. Wir machen jetzt hier erstmal genau unseren Job, Leute. 80.000 Schaden, 6 Brände, 61 Hits bis jetzt. Blütchens ist übrigens dabei, Leute, wir sehen die roten Tracer. 21.000 Schaden, happy birthday. Ja. Genießt bitte den HE Alpha, der hier auch auf die Thunderer fliegt, Leute. Achtet mal einfach mal auf die Zahlen, Wahnsinn. Das waren 7.000, ne? 7.000, 17,1 Kilometer, 7.000. 4.000, 17,1 Kilometer, 8.000, 17,2 Kilometer, 8.000, 18.000 wir Oops掉! 5.000, 17.000, 18.000. Ja, am Ende ist das natürlich genau das, was wir haben wollen. Also wir haben zwar irgendwie, also uns sind noch lieber Gegner, die pushen, ist es am Ende so. Aber man muss halt hier jetzt auch mal sagen, also das gefällt mir auch sehr gut. Also er hat jetzt hier auch schon gesehen, durch sein freies Umsehen, dass dieser Zuma hier den Special-Modus, also hier diesen Genauigkeit... Also wenn er den Spezial-Modus des Superschiffs quasi gezogen hat, dann gehen die Schüsse nochmal deutlich enger zusammen. Und das hat er gesehen und dadurch hat er sich darauf vorbereiten können und konnte die Zuma jetzt hier am Ende dodgen. Die Shells waren auf keinen Fall schlecht gesetzt von der Zuma hier auf 18 Kilometer, aber es sind halt 18 Kilometer, da kannst du halt dodgen. Das ist das, was ich meine, Leute, wenn ich euch sage, ich persönlich fahre gar nicht mehr viel irgendwie mit Beschussalarm oder so. Weil ich will sehen, wer auf mich schießt, ich will sehen, wer was macht, auch wer auf mich zielt, etc. Das, 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 wenn man, also, versteht ihr, die können nur auf euch Damage machen, wenn sie euch sehen und wenn sie auf euch zielen. Und wenn ihr wisst, wer das ist auf der Map, wenn ihr seht, wer das gerade macht in dem Moment, braucht ihr auch Beschussalarm, etc. Und dann seht ihr das viel früher, könnt ihr viel besser auch dodgen, ne. Wir bespaßen jetzt hier am Ende, muss man fairerweise sagen, Smarland macht jetzt nur noch nicht viel. Wir bespaßen jetzt hier am Ende mit einer Patrie, selbstverständlich auch, aber wir auch alleine zu, ja, ich würde mal sagen, locker 50%, 70% vielleicht, drei Schlachtschiffe. Ne. 143.000. 153.000. Standard, ganz, ganz klassisches Gefecht, ja, auch wieder, ne, irgendwie, ähm, ah, der Zyklon ist natürlich mies jetzt für uns, muss man ganz ehrlich mal sagen. In der Situation ist der Zyklon natürlich jetzt nicht sonderlich geil. Da werden die da hinten jetzt, äh, relativ, äh, bald auch zugehen. Nichtsdestotrotz, ähm, klassisches Gefecht, gegnerische, oder, oder die andere Seite sieht irgendwie sehr letharisch aus, sag ich mal. Nichtsdestotrotz, lebender Schiffe, komm mal, okay, normalerweise ist es ja so, ich hätte jetzt gedacht, Standardgefecht, die sind alle tot auf der anderen Seite, aber anscheinend nicht der Fall. Ja, wir sind jetzt schon im Vernichter, Leute, ja, mal ganz kurz ein Recap hier an der Stelle, bitte. Neun Minuten sind rum, nicht mal, neun Minuten sind rum, Vernichter, 165.000 Schaden. 165.000 Schaden. Nicht mal ansatzweise viele Brände gelegt bis jetzt. Neun Stück Vernichter geprobt. Nur nochmal so als, als kleine vielleicht Hinweise, was diese Klausewitz am Ende, die so, wo alle gesagt haben, oh, das ist so ein schlechtes Schiff, das ist mega, oh, die Klausewitz ist auch ganz schlecht, mh, hat ja nix, die Klausewitz, oh, ganz bad. Nochmal, was, was das Teil überhaupt am Ende im, im Stande ist, hier zu liefern, ja. Naki-Mov von den Gegenden, zwei Tütenleute, Naki-Mov, Kiki-Buki und Jukum. Nur jetzt hier auch, Tipp von mir, also nicht an Snackman, Snack, der stimmt, Snack kann ich keine Tipps mehr geben, der weiß ganz genau, wie man spielt. Ähm, er zielt hier über die Minimap, seht ihr unten am Kreis, er muss die Gegenden da nicht sehen, er weiß, wo die stehen am Ende, weiß ungefähr, was die machen. Sieht's ja da unten, Kremlin wird gerade durch unsere Smarland aufgemacht. Dadurch kann er natürlich auch auf die schießen, obwohl er die überhaupt gar nicht gerendet hat, aber er sieht sie auf der Minimap. Aufklärungsflugzeug geht zum Schiff zurück. Wilde Torps, die da von hinten kommen, von der Yoshino, aha, alles klar, wild. Wildlöcher, wild. Na, aber seht mal, schaut mal, also wenn wir es jetzt hier nicht machen würden, ich meine, klar, wir können jetzt hier auch fünf Minuten lang in der Nase bohren, aber nur durch das Minimap schießen, schaut mal, wir machen Damage darüber, wir machen Damage, ja, und hin und wieder vielleicht kommt auch mal ein Brand und so. Wir machen ja unseren Schaden, ist ja nicht so, als würden wir kein Damage machen. Klar würden wir, wenn der gespottet wäre, viel, viel mehr machen, weil wir bessere Dispersion hätten und alles. Aber nichtsdestotrotz, wir machen unseren Damage. 193.000, ah, guck mal, da wurde er gerade gerendet, ist nämlich gestorben, das war der Kreml. Zack, Torpedos, das waren übrigens die wilden Torpedos von der Yoshino, wo ich gerade eben noch wild dazu gesagt habe, Wahnsinn, killt er hier echt noch einen Kreml an, ja, wirst du mir klappen. Ja, der hat den dann da rausgekriegt. Naja, es ist gekommen. Ja, seht ihr, ich meine, klar, man trifft auch nicht alles über die Minimap, das ist auch, manchmal, wenn die manövern, das seht ihr nicht, ihr seht nicht genau, also ihr könnt euch nicht genau einschätzen, wie schnell die fahren und so. Das ist halt schon, man muss das halt schon probieren, aber es ist jetzt auch nicht Rocket Science. Also ich meine, ihr schießt halt drauf, die Leute, ihr könnt ja abschätzen, ob die jetzt Fullspeed fahren oder nicht, dann zieht ihr halt ein bisschen mehr vor oder ein bisschen weniger und dann am Ende vielleicht mal zwei, drei, vier, fünf von euren Schützen, ne. So, jetzt wird es spannend, Leute. Jetzt kommen wir in die Situation, wo es spannend wird. Jetzt sind wichtige, richtige Entscheidungen von uns gefragt. Da ist noch eine Booster, da ist noch eine Polis. Das kann hier gefährlich sein. Also irgendwie einfach so ins Cap reinfahren, wahrscheinlich eher nicht. Müssen auf jeden Fall hier noch schlau spielen, denn Rund ist auch noch safe nicht durch. Überlegt mal, einer oder zwei Mates, die sich jetzt hier noch wegbasten und dann hat sich die Sache erledigt. Dann sitzen nämlich noch drei Schiffe und dann ist eh durch. Aber natürlich, muss man auch fairerweise sagen, von unseren Divi leben halt nur alle, ne. Das Maland voll da, Patrie voll da und easy. Na, Kimmoff fliegt uns jetzt hier an. Machen wir natürlich krass viel dagegen, ne. Einen Pläne schießen wir im Abbauch. Oh nie, zwei Pläne haben wir ja immer beschlossen. Wahnsinn. Tja, huge. Huge. Da kommt St. Louis, aber wir sind natürlich schlau, ne. Leute, wir sind natürlich schlau, muss man einfach auch einfach mal sagen, jetzt hier Anerkennung an der Stelle. Wir angeln uns halt, stellen uns in den Kite, bevor wir überhaupt irgendwie was sehen. Weil wir davon, weil wir eher warten, dass die Gegner hier nochmal kommen. Und das tun sie auch. Und genau aus dem Grund stehen wir jetzt hier perfekt geangelt. Und die St. Louis denkt sich so, ja, holy shit, what to do. Und jetzt steht er halt in unserer krassen HE-DPR. Würde er jetzt hier aufdrehen, dann können wir noch schön mit AP wirken. So macht die AP natürlich wenig, aber prinzipiell macht er dann natürlich, äh, oder hat er dann natürlich den, den deutlich kürzeren, ähm, den deutlich kürzeren, deutlich kürzeren. So, und das Smaland ist jetzt hier mit reingefahren. Das gefällt mir eigentlich nicht so. Warum stellt sich die Smaland vor unser Schiff und stellt sich hier irgendwie dran rumherum? Hätte er ja auch hier rechts an die Insel fahren können. Hätte er auch easy im Cap mitcappen können, auf die, äh, Louis wirken können. Jo. Und deswegen schippe ich es mal dann auch, weil die Polis dann auch irgendwann, äh, Raider gepult hat. Ich glaube, das müsste von der Polis sein. Das war jetzt hier eine Mischung aus greedy und ignorant. Das hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Jo, und die Louis. Das war es dann am Ende schon mit der Louis, ne? Also 190.000 Schaden hatten wir vorher gehabt. Jetzt sind wir irgendwo bei 220. Wir haben ansonsten, glaube ich, in der Zeit auf gar niemand anders geschossen. Klar, und St. Louis hat halt 40.000 Leben. So viel mehr ist er halt auch nicht. Der heilt sich dann halt irgendwann vielleicht drinnen nochmal, aber irgendwann ist der halt dann auch relativ fix tot. Da macht er auch nicht mehr viel, was wir denn tun. Und wir natürlich auch. Schlau einfach, sich jetzt hier rauszuziehen. Was mir auch nicht gefällt, sage ich jetzt auch ganz ehrlich, ist, dass da oben die Patrie reinpusht. Warum pusht er jetzt die Patrie? Warum? Aus welchem Grund? Also ich meine, klar, er macht damit einen Angle auf für uns. Aber ist doch krass gefährlich. Also die Patrie pusht er jetzt rein in 1, 2, 3, 4 und ein Carrier. Ja, 5 Mann am Ende. Also 4 Mann und ein Carrier. Ähm. Uuh. Gegnerischer Kreuzer versenkt. Naja, gut. Wir können, wir können Duff's quasi am Ende mit, ich sag mal, mit nutzen. Dadurch, dass die Patrie da oben reingepusht ist. Der war, der war dem Tode geweiht. Das ist mir vollkommen klar. Ähm. Hätte ich auch nicht erwartet, dass er nicht erwartet, dass man da als Patrie jetzt dann noch so rein drückt. Am Ende sieht die Runde plötzlich, das ist genau das, was ich meine, sieht die Runde plötzlich wieder ziemlich spannend aus, Leute. Ne? Guckt mal an. Die Thundera, Hannover, Nakimov gegen Nakimov und Klausowicz. Wenn wir so gefahren werden wie hier Smarland, also unsere Divi-Mates, die jetzt bis dato ohnehin, ohne Frage, keinen schlechten Job gemacht hatten. Aber die sind halt reingepusht in den Moment, wo die Runde noch nicht vorbei war. Die sind ja jetzt beide draufgegangen, ne? Beide tot, beide dead. Und jetzt hängt's an uns. Jetzt hängt das hier alles an Snack, alles an der Klausowicz. Und am Ende, das sind immer noch keine, ja, das ist immer noch nicht zu 100% safe. Klar sind die low, also sowohl die Hannover als auch die Van Derer sind low. Aber killen müssen wir so trotzdem, ne? Wir müssen uns das jetzt noch, noch, ähm, noch irgendwie hinkriegen. Und wären wir jetzt auch so reingefahren, wären wir, wären wir nicht ganz überlegt, ganz kühl am Ende, ganz strategisch in den Kite ins B-Cap reingefahren, wären wir auch von der Annapolis, von der Luis überrascht worden am Ende. Und hätten's am Ende nicht gepackt, wären hier rausgegangen. Und, ähm, ja, dann wäre die Runde, ähm, safe durch gewesen. Das ist jetzt AP, finde ich persönlich spannend. Wird wahrscheinlich eher nicht AP schießen, weil der hat nämlich noch keinen Brand. Verstehe ich aber, warum er's macht, weil AP ist halt, von der Klausowicz auch nicht einfach gut, ne? Ihr seht auch den Damage, 7000 und so, das ist echt einfach viel, was da kommt. Der hat halt auch nicht mehr viel, ne? Also jetzt hier die Hannover, schießen wir dreimal AP drauf, ist der tut weg, hat sich die Sache erledigt. Ähm, ja. Geht auch raus, das passt, das ist alles gut. Nichtsdestotrotz, könnte das nochmal ein schwieriges Brett zu bohren sein. Also, Thundera hat auch nicht mehr viel, ähm, Thundera wechselt da jetzt hier auf Hype. Gefällt mir sehr gut auch, weil, bei Long Range und so. Klar hat auch nicht mehr viel, aber, ne? Wegen Long Range. Ja, unser Team verlässt sich auf sie. Und jetzt müsste die Runde eigentlich safe gewonnen sein. Jetzt müsste die Runde safe durch sein, aber die Runde ist nicht safe durch, weil die Nakimov nämlich von den Gegnern auch blöd spielt. Alle drei von den Typen haben jetzt richtig, äh, am Ende schlecht einfach gespielt. Hannover schlecht. Ja, ich würde das jetzt hier nicht kaputt reden, weil wir gerade jetzt so schön Damage hier auf die Nakimov sehen, aber das ist am Ende nur möglich, weil der natürlich hier schlecht positioniert ist, ne? Klausowitz, krasse AP, 320.000 Schaden, zack, der geht jetzt raus. Macht auch gar nichts mehr dagegen. Aber prinzipiell, was ich meine ist, was ich meine, Leute, und das ist, äh, ganz, ganz wichtig am Ende auch nochmal, auch nochmal zu sagen, wir machen jetzt hier noch die Endscreens mit euch, ähm, bitte nicht wundern, wartet ganz kurz. Tick, tack, einmal umgeschalten. Hier haben wir die Endscreens. Was ich am Ende, und jetzt kann ich auch mal hier meine Webcam wieder anmachen, oder, Leute? Tick, tack, hallo, moin! Ähm, was ich am Ende, ähm, auch sagen will, ist, klar, ohne Frage, hätten uns die Gegner hier noch die Runde wegnehmen können. Alleine die Nakimov, also die haben ja zu dritt unsere Nakimov gekillt. Dass das passiert, war relativ erwartbar. Dass wir in deren, in der Zeit vielleicht auch noch zwei von den Babys rausnehmen können, war auch erwartbar. Aber so eine Hannover und so, wenn ich dann schon wenig Leben hab, da stell ich mich doch nicht ins Open Water, dann fahr ich doch irgendwie so, dass ich die Klausowitz auch überraschen kann. Ja? Dass der Carrier rausgeht von uns, das war relativ klar, so wie der, wo der da oben gestanden hat, das war auch am Ende in der Situation einfach missplayed. Aber viel, viel schlimmer war die gegnerische Nakimov. Wenn der Typ einfach weggefahren wäre, wir hätten selber in unserer Klausowitz nichts dagegen machen können. Der, der, also ich meine, klar, wir haben AA, und die schießt sicherlich auch hin und wieder mal was ab, aber eine Nakimov, die fliegt uns an, die macht uns tot. Da geht gar nichts dran vorbei. Und das ist das, was ich meine. Vorjahr wurde es nochmal richtig spannend, durch unsere Win Harder, beiden Leute, die wir in der Divi hatten, die sich auch halb weggeschmissen haben, ins Cap reingefahren sind, wo sie hätten nicht ins Cap müssen, und auch oben rennen, also Smaland und Patry. Da wurde es nochmal knapp, obwohl die Runde vorher entschieden war. Und dann haben aber die Gegner auch nichts daraus gemacht, sind halt selber irgendwie weitergefahren, wie im Moose-Pod Hannover und Thandara genauso auch. Und, und, ähm, ja, dann, Nakimov am Ende hat es dann am Ende krass verloren, und dann geht es halt auch raus, ne. Ein gut gespieltes Schiff, das ist das, was ich den Leuten immer sage, Leute, klar, ohne Frage, könnt ihr nicht jede Runde entscheiden, aber viele schon, ne. Klausel wird es jetzt hier, ähm, ich weiß nicht, fehlt da noch irgendwas, was man hätte noch abräumen können? Keine Ahnung, also wir haben hier einen High Caliber, wir haben hier einen Vernichter, wir haben hier Divi Krake, wie nennt der sich? Koordinierter Angriff, oder, koordinierter Angriff, glaube ich. Ah, ich weiß gar nicht genau, wie sich das Emblem nennt, aber auf jeden Fall, hier, sieben Kills in der Divi, fünf Kills bei uns, Krake, um, unterstütz, vielleicht ist das koordinierter Angriff, das ist Unterstützer, ähm, das ist der Vernichter, und, ach, das ist koordinierter Angriff, das ist Shoulder to Should, das ist Koordinierter, aber hinaus, Leute, die neuen Divi-Zeichen habe ich noch nicht drauf, auf jeden Fall haben wir alles abgeräumt, ganz ehrlich, fünf Kills hier auch, klasse Runde, also von uns, ganz ehrlich, Leute, muss ich jetzt auch mal ein ganz, also eine große Ehre, auch nochmal einen Snack an dich aussprechen, also ich wüsste nicht, persönlich ich, und ich bin in einer ganz anderen Situation, als du damals, dass das gespielt hast, ne, ich sitze hier in meinem Stuhl, alles entspannt, kann mir das ganz entspannt anschauen, kann wunderbar analysieren, das ist in der Situation, wenn du das spielst, immer nochmal was ganz anderes, aber trotzdem top gespielt, ich wüsste jetzt nicht, was ich hier hätte anders machen können, wie du Beda angefahren hast, einfach schlau, einfach gut, einfach gut gemacht, verdient auch Erster gewonnen hier, äh, 3200 Base, fünf Kills, V-Mates waren auch gut, ohne Frage, aber ich hab am Ende nicht genau verstanden, was sie da gemacht haben, das von der Patrie hab ich noch verstanden, das von der Smarlane auf jeden Fall gar nicht, und, ähm, ja, Thandera, 91.000 Damage hier von Thandera, jo, hat sich, hat sich gelohnt, Leute, jetzt können wir hier auch nochmal schauen, also AP haben wir ja am Ende auch geschossen, ist am Ende auch nicht wenig, äh, 104.000 Damage hier durch AP, aber natürlich, klar, in der Nakimov haben wir nur AP drauf geschossen, 60.000 könnte er abrechnen, und seid am Ende noch bei 40.000, ähm, AP Damage, ähm, also, trotzdem Aufteilung genau so, auch genau, wie du geschossen hast, was du HE, was du AP geschossen hättest, da war ein kleiner Punkt dabei, den hätte man anders machen können, aber ganz ehrlich, kein Vorwurf, kann man genauso auffahren, also, hab ich gedacht, wüsste jetzt da nicht, was ich da jetzt für einen Tipp geben soll, war für mich perfekt gespielt, und, ähm, ja, 1,8 Millionen Potential auch, 150.000 Credits sogar plus gemacht, mit Lütchens, selbstverständlich, das ist spannend, also, wir haben hier Spotterplane, haben hier Spotterplane und Steeringgears mit, ich spiele das Teil normalerweise mit Conceal, mit Expert, aber natürlich, ein Klausowitz ist nicht schlecht, ne, ganz ehrlich, Klausowitz hat ja auch, kriegt ja auch einen besseren Reload, werden wir gleich sicherlich bei der Captain Skillung nochmal sehen, ich hoffe, die ist ja auch mit dabei, ähm, kriegt ja auch nochmal einen besseren Reload am Ende, einfach, wenn man weiter sichtbar ist, und, dafür kann man das Modul hier auf jeden Fall auch austauschen, der Rest ist sehr gut, den Rest kann man genauso fahren, ist natürlich die Frage, ob man das wirklich braucht, ob man das wirklich wollt, das sind am Ende vielleicht, pro Battle vielleicht 3, 4, 5%, die euch da vielleicht mehr machen, oder so, am Ende ist das Conceal mit Expert Modul, auf jeden Fall stärker, meiner Ansicht nach, in der Klausowitz für die meisten Runden, aber wenn man halt wirklich, sehr guter Spieler ist, mit Damage und so, auf Damage gehen will, dann ist das, dann passt das, dann ist das, dann ist das vollkommen in Ordnung, kann man so fahren, jo, und was haben wir hiermit, ja, perfekte Skillung, was soll ich dazu anders groß sagen, also, genau so würde ich den auch fahren, ähm, Expert Loader, schneller drehende Guns, Pass, Feuer Pass, Beschuss Alarm, und so haben wir vorhin drüber geredet, das kill ich persönlich jetzt auch nicht mehr, kann man empfehlen, wenn man ein neuer Spieler ist, aber brauche ich jetzt persönlich auch nicht mehr, hier, also hier, ähm, ähm, dass man mehr Leben hat, im Allgemeinen, auf seinem Schiff, sehr, sehr wichtig, auch auf Kreuzern, Good Speck, Inspekteur, Adrenalin Rausch, Concealment, und dann der erstklassige Schütze, der ja, mehr Damage macht am Ende, wenn du, wenn du jemanden, äh, hast, in deiner Aufdeckungsreichweite, sehr offen. Muss ich ganz ehrlich sagen, wunderhübsch, also, wunder, wunderhübsch, ähm, schöne Runde, Dankeschön, fürs Einsenden, und, ja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ihr eure Runde auch mal kommentiert sehen wollt, dann, äh, schaut doch mal im Twitch vorbei, schaut mal ein bisschen zu, bucht das für Channel Points, und dann mache ich das sehr, sehr gerne. Dankeschön. Hey Leute, und wenn ihr mich live in Action sehen wollt, schaut mal bitte nach unten, der Twitch-Link ist da unten verlinkt. Ich würde mich freuen, wenn ich euch, mal live, begrüßen könnte. Danke. Untertitelung. BR 2018